lieben einsatz machen let's go to the mall wo ist denn irgendwo ich stehe hier warum ich gucke ob ich eine sache bescheuzt bescheuzt farmers 2010 probleme schon andere farmers aber ist mit den waffen das stimmt für eine waffe ich habe die säg schon wieder für für komische sachen schädigst du die autos oder was was für autos wieder gestanden hätten wenn ein auto wäre er ist jetzt kaputt gemacht tut mir leid noch das ist auch so eine mann warum kriegst du keine gute waffe so eine scheiße immer voll die geilen waffen und ich gehe mal eine gute waffe bekommen ja immer du kriegst auch lila sachen und ganz viel blau kriegst du auch voll doch ja manchmal gleich was machst du dann nix mich wundern dann wundere ich doch ja mache ich dann ja auch da wundere ich doch komm schon weiter gegner die division braucht keine deckung machen wir diese territorium kontrolle also außer du willst unbedingt aber ich muss jetzt nicht machen und darf also wie in vietnam ja also schlimmer hier komme ich nicht runter was ist ein scheiß holy fuck jetzt sind die agents jünger im kampf nö gesundheit der geisel ist kritisch oh ja oh blöd oh alle geiseln sind tot naja da muss ich nun papierkram machen ja du machst du aber diesmal nun ja guck mal kannst du karussell fahren wat wo auf dem karussell junge ist ein tragbares gerät mich stimmt du wirst immer noch beschossen immer wir müssen irgendwie anders rein agent der kontrollpunkt befindet sich über einer tiefgarage ja jung ich bin schon drin wir sind oder ich habe damit nichts zu tun naja der war schon tot nachdem ich bekommen bin okay du machst auf ich naja voll die loot ey jungs was geht nicht selber auf einer mal gucken offenbar nicht sehr ärgerlich tja das hier sind wir nicht gestorben es könnte aber schlimmer sein ach da macht du hallo im g5 hat er was blaues bekommen er ist schon wieder schrott er könnte so ein leichtes maschinengewerbe euch nicht ich nehme es jetzt trotzdem okay wenn getötet ist wir haben die chance diesen kontrollpunkt zu erobern wenn ihre agents uns helfen könnten wüssten wir das zu schätzen gehen sie zur oberfläche und helfen sie den zivilisten aber seien sie vorsichtig können sie mit einem armen jungen warum nicht mit einem finger nur übertreiben okay ich muss nachhören hier wir müssen weiter das ist auch scheiße bei uns sonst und hoff jetzt ich habe versucht eine kanade darauf zu schmeißen ja was war das denn für ein skillshot ich muss nachhören ja ja ich muss nachhören ich muss nachhören ich muss nachhören hat er mit einer rakete geschossen ja hier kommt einer noch einer ach das war nur waffe ja easy oder wat schießt da da oben ist noch einer ok nein kein bricht was hin vorräte lass sie mal mitnehmen ok unsere eine gruppe von gegnern ich werde uns mal hier ein bisschen falls die mehr kommen und mein schützt sich denkt jo ich mach mal was ist sind wir auf jeden fall sicher dann lol ach so das sind unsere leute ich weiß nicht warum die hier sind aber hey egal einfach drauf schießen wo ist der wer liegt ja aber ich schieße die ganze zeit auf ihn aber hat nichts gemacht explosion ach schade der kommt ne doch nicht ne doch nicht na vielleicht bitte noch ui ui alter was ist denn los mit euch macht ein geschützt wenn du ähm doppelt auf die taste tippst du das geschützt drauf ist mhm dann setzt du das direkt vor dich ohne das zu werfen ach so ja aber brauche ich ja nicht keine einzige fähigkeit hat irgendwas gebracht wird oder wird und n 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 na Granate? Oh, der ist ein gelber, ne? Den habe ich schon gesehen, ja. Aber hier kommen immer mehr. Was ist denn hier los, ey? Boah, komm, das war doch ein Headshot. Headshot of the Fettus, Junge. So. Nice. Hab den gelben getroffen. Der gelbe ist tot. Nö. Mach doch selber. Du musst einmal sagen, machen Sie mal dies, nö. Machen Sie mal das, nö. Könnten Sie... nö. Halt die Fresse. Wenn Sie irgendwann... nein. Einfach nein. Ah, einmal der Loot. Kurz kommen. Echt? Ja. Hier wird geschossen. Warum das denn? Weiß ich nicht. Wann kommen wir eigentlich mal in die Dark Zone und sowas? Später. Dass wir das immer noch nicht freigeschaltet haben. Ja, du musst da einen speziellen Typen rekrutieren. Ja, aber wie lange dauert das denn? Lieutenant Kelly vom Boss hinterlassenen Beude. Also hier ist ja nur eine Hauptmission. Wo? Nicht weit weg. Am Safe... Ja, wir könnten zum Safehaus gehen und dann eine Hauptmission noch machen. Oh, eine Hauptmission. Irgendwann musst du ja diesen Typen kriegen. Aber wann? Ja, das weiß ich nicht genau. To be honest. Also wenn wir die Mission machen, kriegen wir auf jeden Fall einen Ausbau von... Da müssten wir den letzten Ausbau fürs Theater haben, ne? Ne, nicht den letzten. Da haben wir da nicht viel von vier. Guck doch. Glaube ich schon. Einfach durchs Kampfgetümmel durch, ja. Schüße. Ach, ist das Safe auch schon. Das ist mal fett, das Laufwerk durchsuchen, ja. Geil. Ja, jetzt sagst du nicht die ganze Zeit. Meine Güte, du. Shade Tech behälter erkannt. Sag das jetzt die ganze Zeit bei dir? Ne, jetzt sagt das nicht mehr, aber gerade hat das drei, vier mal untereinander gesagt. Sie müssen es ausschalten. Eine der Wachen hat den Rücken gekehrt und wird ihnen helfen. Sie lässt sie durch das Tor. Danach legt es an ihnen in das Waffenlager einzubringen. Air and Space Museum. Da wollte ich schon nochmal hin. Hey. Ich freue mich, dass End Museum so geil. Ja, das ist am besten. Ja, ist auch. Das ist auch am besten, ey. Da hast du ganz viele kleine Ameisens. 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 Der Junge. Hey. Bleib Ruhe.